Ein Ex-Streffling war gerade aus dem Gefängnis gekommen, als das Schicksal ihn auf die Probe stellte. Er rettet das Leben eines kleinen Mädchens, ohne zu wissen, wessen Tochter sie ist. Doch was mit ihm geschieht, verwandelt sein Leben von Wasser in Wein. An einem absurd heißen Tag wanderte ein Mann namens Demen durch die staubigen, stürmischen Straßen von Los Angeles, sein Gesicht war von Hoffnung und Entschlossenheit geprägt. Er ging von Laden zu Laden, von Etablissement zu Etablissement, seine Stimme war rau von der Hitze, er bat und bettelte um einen Job, um irgendetwas. Seine Kleidung klebte schweißnaß an seinem Körper und die sengende Sonne schien seine Haut zu verbrennen und zu röten. Damons Magen verdrehte sich zu einem Hungerknoten, der ihn ständig an seine verzweifelte Lage erinnerte. Mit seinen letzten Groschen kaufte er sich einen Hamburger und ein Erfrischungsgetränk. Ihm war klar, dass dies seine letzte Mahlzeit sein könnte, wenn er keine Arbeit fand. Der arme Mann kaute langsam und versuchte, das Essen zu verdauen, während seine Gedanken in einer Mischung aus Hoffnung und Furcht in seinem Kopf wiederhalten. Werde ich jemals etwas finden? Fragte er sich. Gott, bitte hilf mir, etwas zu finden, murmelte er und blickte in den blauen Himmel. Doch der Tag ging genauso weiter und jeder Versuch endete mit einem weiteren hinein. In demen wuchs die Angst, nirgendwo hinzukönnen, nicht neu anfangen zu können, keine Zukunft zu haben. Die Türen schlossen sich für ihn immer wieder, eine nach der anderen, wie ein endloser Korridor der Enttäuschung. Und er wusste, warum, er war ein Ex-Sträffling. Er wusste, dass die Welt in ihm ein grausames Wesen sah, ohne Würde, ohne einen Funken Menschlichkeit, ein tiefes Mahl, das er wie ein Stigma trug. Jedes Nein, das er erhielt, schien ein Urteil über seine Seele zu sein, ein Urteil über seinen Wert als Mensch. Er hatte das Gefühl, dass jeder Blick, der auf ihn gerichtet war, mit Vorurteilen und Misstrauen beladen war. Der Kampf war nicht nur ein Kampf um einen Arbeitsplatz, sondern ein täglicher Kampf gegen die Vorurteile der Gesellschaft, gegen die Schatten seiner Vergangenheit. Der Tag verging, die Hoffnung schwand und Demen versank in Gedanken an die Zukunft und fragte sich, ob es noch einen Platz für ihn in dieser Welt gab. Hunger, Müdigkeit und Ablehnung weben ein Netz aus Schmerz und Hoffnungslosigkeit in sein Herz. Könnte ich jemals wieder ein normales Leben führen? Er fragte sich, ob er sich jemals von den unsichtbaren Ketten, die ihn gefangen hielten, würde befreien können. Er sah Familien vorbeiziehen, Eltern mit ihren Kindern, Lachen und Scherze, und ein Teil von ihm schmerzte, als ob er diese Normalität, diese Liebe nie wieder finden würde. Jedes Lachen fühlte sich wie ein Stich ins Herz an, und jeder glückliche Blick erinnerte ihn an alles, was er nicht hatte und wonach er sich sehnte. Und mit jedem verächtlichen Blick, jeder negativen Antwort, jeder vor ihm zugeschlagenen Tür sah Demen seine Vergangenheit als Gefangenen, der ihn verfolgte, als ein hartnäckiges Gespenst, das ihn daran hinderte, eine neue Chance im Leben zu bekommen. Die Gesellschaft hatte ihn verurteilt, ausgeschlossen und als ausgestoßenen Gebranntmarkt. Demen, der ehemalige Häftling, fragte sich, ob er jemals Erlösung finden würde, ob die Welt ihm jemals eine zweite Chance geben würde. Dieser junge Mann hatte eine Geschichte, die von Traurigkeit und Elend geprägt war. Er wurde in ein armes Elternhaus hineingeboren und war von klein auf gezwungen, alle möglichen Arbeiten zu verrichten, um zu überleben. Seine Tage waren ein ständiger Kampf gegen die Widrigkeiten, eine unaufhörliche Suche nach einer besseren Zukunft. Doch das Schicksal schien andere Pläne für ihn zu haben. Als er gerade 17 Jahre alt war, bekam Demen einen Job als Lieferjunge. Es schien wie ein Hoffnungsschimmer, eine Chance auf ein würdigeres Leben zu sein. Doch bei einer dieser Lieferungen sollte er teuer für etwas bezahlen, von dem er keine Ahnung hatte. Unschuldig lieferte er eine Ladung illegaler Substanzen aus, und die Polizei hatte dieser Lieferung bereits eine Falle gestellt, um eine Bande festzunehmen, die seit einiger Zeit verfolgt wurde. Und da wurde Demen, ein junger Mann mit guten Prinzipien, auf frischer Tat ertappt. Obwohl er seine Unschuld beteuerte, dass er nicht wusste, was er bei sich trug, glaubte ihm die Polizei nicht. Und als ob es nicht noch schlimmer werden könnte, eskalierte die Situation. Es kam zu Schusswechseln, Verfolgungsjagden, Todesopfern und Chaos an diesem schicksalhaften Tag, und der Junge wurde verurteilt. Er wurde beschuldigt, Teil der Bande zu sein und zu zehn langen Jahren Gefängnis verurteilt. Jetzt, mit 27 Jahren, war der junge Mann gerade einmal eine Woche aus der Haft entlassen worden und war völlig allein. Seine Familie hatte ihn verstoßen, die Welt schien sich vor ihm zu verschließen. Er hatte Angst, dass seine einzige Zukunft auf der Straße liegen würde. Und fürchtete sich vor einem Leben, das durch das Stigma eines Verbrechens geprägt war, das er nicht begangen hatte. Der arme junge Mann sehnte sich nach Erlösung, nach Akzeptanz, nach einer Chance, seinen Wert zu beweisen, zu zeigen, dass er mehr war als seine Vergangenheit. Er war am Rande der Hoffnungslosigkeit und versuchte, einen Weg zu finden, das Licht inmitten der Dunkelheit seiner Existenz zu finden. Nach diesem zermürbenden Tag, an dem er in der heißen Sonne von Los Angeles von Geschäft zu Geschäft lief, hatte dem in Erwartungsgemäß nichts erreicht. Er fühlte sich niedergeschlagen und setzte sich auf eine Bank auf dem Platz, um sein Leben zu betrauern. Murmeln und leises Schluchzen entkamen seinen Lippen. Warum ich? Warum muss das Leben so ungerecht sein? Die Welt, die ihm schon so feindselig und trostlos vorkam, schien seinen Möglichkeiten, Gutes zu tun, ein Ende gesetzt zu haben. Der Platz, auf dem er sich jetzt befand, ein Ort der Begegnung und der Freude für viele, war für den ehemaligen Streffling eine Bühne für seine persönliche Tragödie. Bald flossen ein paar Tränen aus seinen Augen, als er versuchte, sein Leid zu verbergen, indem er sich die Hand vors Gesicht hielt, als wolle er seinen Schmerz vor der Welt verbergen, die ihn ablehnte. Die Sonne begann am Horizont unterzugehen und malte den Himmel in feurigen Farben, aber für Dämen war die Welt grau und symbolisierte seinen Schmerz und sein Leid. Was habe ich nur aus meinem Leben gemacht? Er fragte sich, wie es so weit kommen konnte? Wie konnte das Schicksal so grausam sein? Wie konnte die Gerechtigkeit so abwesend sein? Doch obwohl seine Sicht durch Schmerz und Tränen getrübt war, flammte plötzlich ein Funke der Entschlossenheit in seiner Brust auf. Er trocknete seine Augen und rief aus. Ich werde nicht aufhören, um mein Leben zu kämpfen. Nein, das konnte er nicht, er würde sich nicht mit dieser Situation der Ablehnung und Verzweiflung abfinden. Trotz der Enge in seiner Brust beschloss er, weiterzumachen, der Welt seine Unschuld zu beweisen und sein Leben neu zu gestalten. Er musste hartnäckig bleiben und so ging er wieder auf Jobsuche, klopfte wieder an Türen, in der Hoffnung, ein Ja zu hören. Doch das Universum schien an diesem Tag andere Pläne für ihn zu haben. Gerade als er in einer Cafeteria seine letzte Absage erhalten sollte, brach auf der Straße ein Aufruhr aus. Menschen schrien, Feuerwehrleute rannten, Sirenen heulten. Dämen, getrieben von Neugier und einem Gefühl der Dringlichkeit, rannte los, um zu sehen, was los war. Es war ein Feuer in einem nahegelegenen Viertel. Als er am Ort des Geschehens ankam, herrschte Chaos, es sah aus wie in einem postapokalyptischen Szenario, alles stand in Flammen, riesige Flammen verzerrten alles, was sich in der Einrichtung befand. Noch während er den Anblick der Flammen verarbeitete, schlich der Junge durch die Menge, die sich versammelt hatte, um das Ereignis zu beobachten. Sobald er einen besseren Überblick hatte, erkannte er mit Schrecken, was sich dort abgespielt hatte. Es war eine Kinderschule, die durch ein Feuer zerstört wurde. Mein Gott, sagte er, ohne sich dessen bewusst zu sein, es sah wirklich aus wie der Anblick der Hölle. Wilde Flammen loderten, kletterten an den Gebäudestrukturen empor und verschlangen alles brennbare Material, das sich ihnen in den Weg stellte. Die verängstigten Schreie der Kinder vermischten sich mit den Explosionen des Feuers und erzeugten eine schmerzhafte Karkophonie. Lehrer mit verzweifelten und weinenden Gesichtern versuchten, kleine Gruppen verängstigter Kinder, die sich an sie klammerten, zu trösten und zu schützen, während die Feuerwehrleute gegen das Wetter und die Flammen kämpften. Es herrschte absolutes Chaos, eine Mischung aus Panik, Angst und der ständigen Gewissheit, dass alles weg war. Währenddem das Chaos beobachtete, schnitt ein schwarzes Auto mit quietschenden Reifen durch die Szene. Aus dem Wagen stieg ein Mann im Anzug, dessen Gesichtsausdruck von Angst und Verzweiflung geprägt war. Er rannte umher, schubste Menschen und rief mit heiserer Stimme einen Namen. »Ella, wo bist du?« Dann ging er zur Feuerwache und bettelte um Informationen über seine Tochter. Ein ruß- und schweißbedeckter Feuerwehrmann teilte ihm mit, dass sie alle aus dem Gebäude geholt hätten, aber der Mann sei untröstlich. »Nein, meine Tochter ist noch dort, um Himmels Willen, Sie müssen etwas tun«, rief der Mann. »Sir, leider nicht, wir haben alle Kinder weggebracht, stellen Sie sicher, dass sie nicht bei den Lehrern ist«, versuchte der Beamte zu argumentieren, aber es war sinnlos. Der Mann schrie, dass seine Tochter noch im Gebäude sei, verloren in den Fängen des höllischen Feuers. Man konnte die Verzweiflung in seinen Augen sehen, als er jemanden anflehte, sein kleines Mädchen zu retten. »Ella, meine Tochter, meine Tochter, sie ist noch da, jemand muss etwas tun«. Die Feuerwehr erklärte jedoch, dass es unmöglich sei, das Gebäude wieder zu betreten, da es kurz vor dem Einsturz stehe und jeden Moment einzustürzen drohe. »Sir, wir können es nicht länger riskieren, wir tun alles, was wir können, denn die Struktur ist bereits gefährdet, es ist unmöglich, dass Ihre Tochter noch drinnen ist. »Wollen Sie meine Tochter sterben lassen?«, rief der Mann, dessen Worte von Verzweiflung zerrissen wurden. Demen, der die verhängnisvolle Szene beobachtete, spürte, wie sein Herz raste und eine Mischung aus Mitgefühl und Entschlossenheit in seiner Brust kochte. Er kannte die Risiken, er kannte die drohende Gefahr, aber etwas in ihm schrie. »Sie werden es nicht einmal versuchen«, dachte er. »Wie können Sie nicht einmal versuchen, das Kind zu retten, Sie sind doch keine Feuerwehrleute.« Und so rannte Demen in einem Adrenalinrausch und ohne zu zögern auf das Feuer zu, seine Silhouette verschwand zwischen den brennenden Flammen und dem erstickenden Rauch. Es war der Kampf eines Mannes gegen die Hölle, der verzweifelte Versuch, inmitten von Chaos und Zerstörung ein unschuldiges Leben zu retten. Der junge Mann ignorierte die schrillen Rufe und Schreie der Feuerwehrleute, die seinen Akt der Tapferkeit und Verzweiflung mit Erstaunen beobachteten. »Junge, komm da raus, geh da nicht rein!« riefen die Feuerwehrleute, während der Vater des Kindes, der Mann im Anzug, wie gelähmt auf den Eingang des brennenden Gebäudes starrte und seine Brust in einer Mischung aus Schrecken und Hoffnung zusammenzog. Demen betrat ein Universum des Grauens und der Zerstörung, in dem jeder Rest von Unschuld von dem gnadenlosen Feuer verschlungen wurde. Der Anblick war albtraumhaft, Kindersitze, die sich in Fackeln verwandelt hatten, Spielzeug, das unter der großen Hitze schmolz, jedes Element, das vom unstillbaren Appetit der Flammen verzehrt wurde. Die Luft war rauchgeschwängert und es gab kaum einen Platz zum Stehen. Der Ex-Knacki suchte verzweifelt nach einem Lebenszeichen, nach einer Spur der kleinen Eiler inmitten des infernalischen Chaos. In diesem Moment entdeckte er inmitten der flammenden Schatten einen kleinen, bewusstlosen Körper. Ohne zu zögern machte sich der Mann auf den Weg zu dem kleinen Mädchen, trotzte dem lodernden Feuer, um es in seine Arme zu schließen und seine verzweifelte Flucht durch das glühende Chaos erneut zu beginnen. Beruhige dich, kleines Mädchen, ich habe dich, wir kommen hier raus, ich verspreche es, flüsterte er, hustete durch die wenige Atemluft, die es gab, und versuchte, die Hoffnung zu bewahren, dass er es lebendig herausschaffen würde, aber es war ein Kampf, die Decke stand in Flammen und sandte flammende Stücke überall hin, was zeigte, dass sie im Begriff war, einzustürzen. Die Hitze war unerträglich, ein Ofen, der jedes Fünkchen Hoffnung verbrannte, dass es noch geben könnte. Es gab einen Moment, in dem der Saum seiner Hose zu brennen begann und den Mann verzweifelt an das kleine Mädchen in seinen Armen denken ließ. Ich werde es tun, ich werde es tun, Ayla, ich bringe dich hier raus, sagte er, als ob er mit diesen Worten seine Angst, das Mädchen nicht retten zu können, noch verstärken würde. Die Treppe war versperrt, sie war nichts weiter als ein Haufen brennender Trümmer, eher eine Todesfalle als ein Weg. Die Knochen des Gebäudes ächzten und knisterten, zerstört durch die Wut des Feuers, und Damons jeder Schritt fühlte sich an wie ein weiterer Schritt in Richtung Tod. Ringschirm herrscht Chaos, Sörsterung herrscht. Die Luft war voller Rauch und die Angst brannte in seinen Lungen, jeder Atemzug war ein Beweis für die Hölle, die er durchlebte. Aber der Ex-Streffling gab nicht auf, im Gegenteil, er kämpfte weiter und stellte sich dem riesigen Feuer in einem Wettlauf gegen die Zeit, dem totalen Unheil. In diesem Moment hatte er keine andere Wahl, er musste aus dem Fenster springen. Der Mann stellte fest, dass er sich in einem Bereich neben einigen Büschen befand, wo der Garten war. Da er sich im zweiten Stock befand, dachte er, dass er vielleicht von ihnen aufgeweicht werden könnte. Es muss wohl so sein, es tut mir leid, Alla. Und bevor die Flammen ihn verzerrten, denn sie kamen immer näher, drückte Demen das kleine Mädchen an sich, lief zum Glas und warf sich hinein. Alle draußen waren wie versteinert, als der Rauch ihn einhüllte, und es war fast unmöglich zu sehen, was passiert war. Was aber geschah, war, dass der Junge sprang und sich rückwärts in die Büsche warf, sodass das Mädchen auf seiner Brust bleiben konnte, ohne vom Boden und den Ästen getroffen zu werden. Die Feuerwehrleute stürmten durch den Rauch herein, und da sahen es alle. Als er mit Alla im Arm wieder auftauchte, sah Demen aus wie ein dunkler Krieger, der sich in seiner Rüstung aus Mut und Aufopferung aus der Asche erhob, eine Ikone des Widerstands und der Hoffnung inmitten der Tragödie. Die Szene war eines Films würdig, die Rückkehr eines unwahrscheinlichen Helden aus den Tiefen der Hölle. Der Mann im Anzug rannte vor Rührung auf sie zu und nahm seine Tochter aus den Händen des Erlösers entgegen, während die Feuerwehrleute mit den Wiederbelebungsmaßnahmen begannen. Meine Tochter, mein Gott, meine Tochter! Holt die Sauerstoffflaschen und den Defibrillator, schrien die Männer, während sie hin und her liefen. Die Atmosphäre war angespannt, alle anwesenden starrten auf das kleine Mädchen, wünschten, hofften und beteten um ein Wunder. Und nach einigen Minuten öffnete Alla wieder erwarten die Augen, und ein Seufzer der Erleichterung ging durch alle Anwesenden. Der Vater umarmte sein kleines Mädchen und weinte vor Glück, und mit tränenden Augen fragte er Demen nach dem Grund für sein heldenhaftes Verhalten, mit dem er sein eigenes Leben riskierte. Warum hast du das getan, junger Mann? Sie hätten da drin sterben können, warum haben sie meine Tochter gerettet? Der Mann, der ihm in die Augen sah, sprach mit einer Mischung aus Schmerz und Nachsicht. Ich habe die letzten zehn Jahre meines Lebens hinter Gittern verbracht für etwas, das ich nicht getan habe, Sir. Es fühlt sich an, als wäre mein Leben in einer Sackgasse, weil mir niemand eine zweite Chance geben will. Aber ihre Tochter, ihr Leben hat gerade erst begonnen, sie hat eine Zukunft, und ich hatte nichts mehr zu verlieren. Eilers Vater, der vor Dankbarkeit übersprudelte, umarmte ihn einfach und sagte mit gefühlvoller Stimme, Jetzt hast du noch eine Chance. Das Gewicht und die Verheißung, die in diesen Worten lagen, waren ein Hoffnungsschimmer für das gebrochene Herz des Ex-Strefflings, ein Zeichen dafür, dass das Leben noch Momente der Erlösung und des Glücks für ihn bereithalten könnte. Es stellte sich heraus, dass der Mann im Anzug einen Namen trug, der von Macht und Einfluss zeugte, Jonathan Beck, Besitzer einer riesigen Versicherungsgesellschaft in Los Angeles, sein Vermögen war weithin bekannt und geachtet. Beck, der von der heldenhaften und selbstlosen Geste des Jungen berührt war, beschloss, diesem jungen Mann, der von seiner Vergangenheit gezeichnet war, die Hand zu reichen. Mit einem Jobangebot und der Chance, sein Leben neu zu gestalten, fand sich Demen in einer neuen Welt voller Möglichkeiten und Lernmöglichkeiten wieder. Der Millionär investierte in ihn und bot ihm Kurse in Finanz- und Versicherungswesen sowie die Ausbildung an, die er brauchte, um in der Unternehmenswelt zu bestehen. Der ehemalige Streffling war nun voller Wissen und Verantwortung und das gab ihm neuen Schwung. Er spürte, wie Glück und Dankbarkeit sein Wesen durchfluteten und seinen Glauben an die Menschheit und an sich selbst wiederherstellten, was ihn zu einem der besten Mitarbeiter von Beck machte. Sein Engagement und seine einzigartige Vision trugen zu bedeutenden Innovationen und Fortschritten innerhalb des Unternehmens bei. Mit der Zeit wurde der Tykon zu einem treuen Freund und Mentor. Ihre Beziehung entwickelte sich zu einer so soliden Freundschaft, dass sie wie Brüder wurden. Demen wurde zu einem integralen Bestandteil von Becks Leben, er wurde in der Intimität ihres Hauses willkommen geheißen, teilte Momente mit ihrer Familie und wurde fast ein Onkel für die kleine Ayla. Er war von Zuneigung umgeben, von Menschen, die über die Schatten seiner Vergangenheit hinweg sahen, Menschen, die an seine Fähigkeit glaubten, sich zu ändern und zu wachsen. Der Mann, der einst zu einem Leben in Einsamkeit und Verzweiflung verurteilt war, hatte nun eine unwahrscheinliche Familie, einen Zufluchtsort, an dem Liebe und Akzeptanz auf ihn warteten. Und als Demen sein Spiegelbild betrachtete und den Mann sah, der er geworden war, wusste er, dass alles, was er jemals gebraucht hatte, eine zweite Chance war. Endlich konnte er mit einem aufrichtigen Lächeln und einem Herzen voller Hoffnung sagen, dass er seinen Platz in der Welt gefunden hatte. Endlich konnte er mit einem Schatten,